Hallo zusammen! Wie ihr im Titel schon gelesen habt, wird es heute mal wieder eine Rezension geben auf diesem Kanal und zwar von einem Buch, welches ganz frisch oder beziehungsweise kurzfristig erschienen ist. Ne, es ist nicht kurzfristig erschienen, sondern es ist vor kurzem erschienen. Und zwar handelt es sich hierbei um Heartland von Benedict Wells aus dem Diogenes Verlag. Das Buch ist rausgekommen am 24.02. Wie unschwer zu erkennen ist hier an dem schönen Aufkleber, habe ich das Buch vom Diogenes Verlag freundlicherweise vorab als Leseexemplar bekommen. Dafür schon mal vielen Dank! Alles zum Buch und zum Verlag findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Meine Version ist eine Taschenbuchversion. Das Buch, wo es jetzt frisch rausgekommen ist, wird natürlich als Hardcover erscheinen. und irgendwas um die 360 Seiten haben. Meine Taschenbuchversion ist ein bisschen schmaler gehalten mit 335, 337 Seiten. Aber viel interessanter ist natürlich, worum geht es eigentlich in dem neuen Buch? Das Setting ist diesmal in Amerika zu finden, in Missouri. Und wir befinden uns im Jahr 1985, was für mich natürlich was ganz Besonderes ist, da ich Jahrgang 80 bin, also ein Kind der 80er. Und ich habe mich schon aufgrund der Vorab-Informationen super auf dieses Buch gefreut. Es handelt sich um eine Coming-of-Age-Geschichte. Heißt, es geht um einen 15-jährigen Protagonisten namens Sam. Den lernen wir zu Beginn der Geschichte kennen. Und Sam versucht, seinem Alltag und seinen Problemen zu entfliehen. Hat natürlich die klassischen Teenager-Problematiken. Er möchte gerne ein Mädchen kennenlernen. Er versucht, sich irgendwie in der Welt und der Gesellschaft zurechtzufinden. Sein bester Freund ist vor kurzem weggezogen. Und jetzt ist er auf der Suche, sich irgendwie wieder neu einzugliedern, neue Freunde zu finden. Und warum er gerne fliehen möchte aus seinem Alltag und aus seiner Situation ist, dass seine Mutter todkrank ist. Und zwar hat sie einen Gehirntumor, der nicht zu reparieren, operieren ist und hat schon mehrere Therapien gemacht. Es geht ihr mal besser, mal schlechter. Und damit das nicht immer in seinem Kopf die ganze Zeit ist und Thema in seinem Leben, was es natürlich sowieso ist, auch diese Thematik zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch, nimmt er einen Ferienjob an in einem Kino. Also in dem Kino, wo er wohnt, beziehungsweise in dem Ort, wo er wohnt, in dem Kino nimmt er einen Ferienjob an und lernt dort Kirstie kennen und ist natürlich am Anfang total begeistert von ihr, weil sie ihn doch relativ gut aufnimmt. Das Kino gehört ihrem Vater und im gleichen Atemzug lernt er auch Kirsties Freunde kennen. Und so entwickelt sich ein Vierertrupp. Sam ist der Jüngste. Die anderen drei sind praktisch in ihrem letzten Highschooljahr und man merkt, dass diese Ära irgendwie zu Ende geht und sie sich darauf vorbereiten, aufs College zu gehen und sie erleben praktisch den Sommer ihres Lebens, also mit Sam zusammen. Und ja, das ist eigentlich so der Kern dieser Geschichte, dass Sam versucht, Freundschaften zu finden, diese auch findet, Bindungen aufbaut zu neuen Leuten, versucht mit der Krankheit von seiner Mutter klarzukommen. Dazu kommt auch noch, er hat ein viel besseres Verhältnis mit seiner Mutter als mit seinem Vater, weil sein Vater doch ziemlich kühl und distanziert ist. Warum das so ist, erfahren wir auch im Laufe des Buches. Und ja, um nicht allzu viel zu verraten, würde ich erst mal so die Kernthematik abschließen, worum es überhaupt geht und zum Fazit kommen, wie mir dieses Buch gefallen hat. Also für mich ist es wieder mal ein Highlight des Autors. Also Benedikt Wells hat, glaube ich, jetzt zum ersten Mal eine Coming-of-Age-Geschichte geschrieben und ich habe diese Story einfach total gefühlt, weil Teenager zu sein ist schwer und wenn man noch mit Problemen zu tun hat, wie dass die Mutter krank ist, versucht, Freunde zu finden, jedem irgendwie gerecht werden will, man möchte sich weiterentwickeln, man weiß aber auch, dass die Eltern einen in Anführungsstrichen nicht gerne gehen lassen möchten, weil die Zeit halt aufgrund der Krankheit der Mutter sehr begrenzt ist und man weiß, irgendwann wird es ein Ende haben. Diese Stimmung und dieses Gefühl hat mich so gepackt die ganze Zeit beim Lesen und irgendwie war es auch die ganze Zeit wie so eine, nicht brodelnd, aber man wusste, irgendwie weiß man, was kommt, aber diese Spannung dahin, wie es kommt und wie es passiert und wie alle damit umgehen, das war so etwas, was die ganze Zeit so unterschwellig mitgeschwungen ist oder gewebt hat und vom Gefühl her generell die 80er, ich bin selber ein Kind der 80er, es geht unheimlich viel um Musik, es geht unheimlich viel um Filme, weil die vier natürlich in einem Kino arbeiten, es geht unheimlich viel darum, erste Erfahrungen zu machen, Alkohol zu trinken, sich zum ersten Mal zu verlieben, den ersten Kuss zu bekommen und so weiter und so fort und das war einfach, das habe ich auch schon in anderen Geschichten gelesen oder auch in Filmen gesehen. Bestes Beispiel, was auch zum Beispiel auf dem Klappentext draufsteht, ist Breakfast Club oder Stand By Me und dieses Gefühl von diesen Filmen habe ich auch beim Lesen gehabt und ich finde, dass der Autor das unheimlich gut eingefangen hat und man mit Sam mitfühlt, mit seiner Mutter, mit seinem Vater und mit allen mitfühlt, die irgendwie in dem Buch vorkommen, weil jeder natürlich für sich sein Päckchen zu tragen hat und kann abschließend nur sagen oder euch das Buch ans Herz legen. Also für mich war es oder ist es ein Highlight. Es hat definitiv fünf Sterne von mir bekommen und das nicht, weil ich irgendwie die rosa Benedict Wells Brille aufhabe, weil ich seine Bücher von Grund auf mag und auch den Autor sehr mag. kann ich euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Wer, wie gesagt, so ein werde ich erwachsen Gefühl haben möchte, verbunden mit Musik und Film, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt und damit möchte ich gerne die Rezension abschließen. Wie gesagt, eine große Leseempfehlung für mich und dann danke ich euch zum Abschied für eure Zeit, dass ihr meiner Rezension gelauscht habt und schlage vor, wir sehen uns im nächsten Video. Danke und Tschüss!